STK-Einsatz während des Fußballspiels im Fußballstadion und die Polizei will uns erzählen, keine Gefahr für niemanden, zu keiner Zeit. Dann hätten wir das STK auch nicht anrufen müssen. Das ist meine Meinung. Herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Spannendes Spiel gestern Abend. Wir sind weiter, aber das ist gar nicht das, worum es mir heute geht. Es geht darum, es gab 45 Minuten einen Polizeieinsatz während der zweiten Halbzeit mitten im Stadion. Über den Augen der Kameras im Hallendach des Dortmundstadions hat sich ein vermummter Zutritt zum Dach verschafft und die Polizei 45 Minuten auf Trab gehalten. Die Polizei erzählt, es bestand keine Gefahr für niemanden und lügt damit jeden an. Die Qualitätsmedien, sie übernehmen einfach das Narrativ der Polizei und stellen gar keine kritischen Fragen. Was ist passiert? 22.27 Uhr gestern Dortmund Arena. Ein 21-jähriger Osnabrücker verschafft sich Zugang zum Dach und rennt dort oben sehr flink herum. Ich zeige das euch mal. Er ist so schnell da oben unterwegs, dass wir davon ausgehen müssen, dass das jemand schon öfter gemacht hat oder berufsmäßig in hoher Höhe arbeitet. Wenn ihr selbst mal da oben steht, dann wisst ihr, wie langsam man normalerweise läuft und wie klein die Schritte sind, wenn man das nicht öfters macht. Ich würde ja vermuten, ein linksradikaler von irgendwelchen Tesla-Protestcamps oder Baumprotestcamps. Da laufen die auch da oben in den Bäumen und so rum. Aber die Polizei, was hat sie getan? Sie hat die zweite Halbzeit angepfiffen. Man hat ihn entdeckt während der Halbzeitpause und trotzdem hat man das Spiel fortgesetzt. Die Polizei behauptet keine Gefahr für niemanden. Alleine wenn er runterfällt da oben. Er ist ungesichert gelaufen und trifft unten andere Zuschauer. Dann haben wir den Salat. Nicht nur das, er ist vermummt und er hatte einen Rucksack dabei. Und wenn jemand sich illegalerweise während eines Risikospiels der UEFA oder eines Nationalmannschaftsspiels Zugang zum Dach verschafft, die Polizei darauf aufmerksam wird und unter anderem unter Bundeskanzler auch noch in dem Stadion sitzt und weitere hochrangige Ziele, was macht ihr dann, wenn ihr Polizei seid? Ihr beseitigt die Gefahrensituation. Was haben sie in Dortmund gestern gemacht? Sie haben 45 Minuten gespielt, die zweite Halbzeit und haben ihn danach vom Dach geholt. Und ich frage mich, Leute, wen wollt ihr hier verarschen? Ihr macht euren Job a. nicht konsequent und b. lügt ihr uns auch noch an. Ihr kennt sicher dieses Foto. Dort hat man gesehen, kurz vor Anpfiff der zweiten Halbzeit, wie die beiden Kapitäne in die Ecke des Stadions schauen. Jeder hat gerätselt gestern Abend, um was es ging. Es ging darum, dass der Schiedsrichter ihnen gezeigt hat, wo der Typ im Dach sitzt und wo das SEK dort tätig werden soll. Die Kapitäne fanden das nicht so weiter schlimm und es wurde einfach gespielt. Der junge Mann hatte einen Rucksack dabei. Wenn er runterfällt, ist das erste Problem. In dem Rucksack, was ist, wenn er eine Handgranate dabei hat? Was ist, wenn er einen Sprengsatz dabei hat? Also auch einen Molotow-Cocktail. Was ist, wenn der Handfeuerwaffen da oben drin hat? Wie kann man so eine große potenzielle Gefahr im Dach sitzen lassen 45 Minuten? Das ist mir absolut schleierhaft. Aber die Polizei will uns noch einen Bären aufbinden. Die Dortmund Arena ist seitlich und oben geschlossen bis zum Spielfeld. Ihr habt jetzt gesehen, wo er unterm Dach entlang geklettert ist. Und jetzt sagen sie uns, ein Hubschrauber hat das Dach ausgeleuchtet. Wenn das Dach aber so geschlossen ist, dann frage ich mich ja, wie will denn der Hubschrauber da unten drunter leuchten? Also, sie lügen uns an. Sie sagen uns ja auch, es hätte keinerlei Gefahr für niemanden gegeben, zu keinem Zeitpunkt. Und das ist schlicht gelogen. Wenn er runterfällt und trifft unten jemanden, die Gefahr war dauerhaft gegeben. Das Unbekannte in seinem Rucksack ist eine dauerhafte Gefahr, alleine wenn in dem Rucksack jetzt nur eine 5 Kilo Handelscheibe wäre und er schmeißt sie unten jemandem auf den Kopf. Aber die Polizei will uns ja erzählen, es macht nichts, wenn illegal sich jemand zum Stadiondach Zutritt verschafft und dort 45 Minuten verweilt, bevor man ihn dann runterholt. Als sie ihn dann geschnappt haben, hat man unten sogar die Leute dann weggeräumt. Frage ich mich, warum denn, wenn keine Gefahr für niemanden besteht? Aber sie wollen uns hier nicht die Wahrheit erzählen. Sie wollten das am liebsten unter den Teppich kehren. Daily Mail hat es zuerst berichtet, wie ich das gesehen hatte. Sie haben auch das Video gemacht. Ich frage mich nur, haltet ihr uns wirklich für so blöd? Oder habt ihr jemanden gefunden, der wirklich eine Gefahr ist? Aber ihr habt den 45 Minuten da oben sitzen lassen. Stellt euch doch nur mal vor, er hätte 5 Liter Säure dabei gehabt und hätte einen Säureanschlag begangen. Aber ich weiß ja nicht, was ihr beruflich macht bei der Polizei, sich um die Sicherheit kümmern, teilweise nicht. Es geht mir gar nicht um die Beamten. Die Beamten machen nur ihren Dienst. Es geht immer um die Einsatzleiter, die so etwas vorgeben, so etwas Taktisches. Hat man ja auch gesehen beim Bundesparteitag der AfD in Essen. Die Vorgaben der Polizei etwas fragwürdig, offen Delegierte, einfach mit ein paar Polizisten drumherum dann per Geleitschutz zu geleiten, anstatt dass man eine Bannmeile aufgebaut hätte in Essen und hätte dafür gesorgt, dass es eine polizeikontrollierte Zufahrtsmöglichkeit gibt, die verteidigt wird. Aber nein, keine Gefahr für niemanden, auch nicht während des DFB-Spiels, keine Gefahr für unsere Spieler, für unsere Zuschauer. Nein, wo kommen wir denn dahin? Wir dürfen doch alle hier etwas besetzen und okkupieren, so zumindest die Linken. Und ich wette, so wie er da oben unterwegs war, es ist am Ende ein linksautonomer oder ein linksradikaler gewesen. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt. 21-jähriger Osnabrücker und ich kenne jetzt wenige noch nicht so lange hier Lebende, die sich in so großer Höhe so bewegen können, um das mal neutral zu formulieren. Also ich glaube schon, dass das jemand ist, der hier bei der Antifa oder bei der letzten Generation oder sonst wo unterwegs ist. Und mich würde es nicht wundern, wenn er so etwas im Rucksack gehabt hätte wie Stopp, Gaza, Genocide, also irgend so welche Protestbanners. Aber wir werden warten müssen, bis uns die Polizei verrät, was denn der junge Mann gewollt hat. Definitiv keine Gefahr für niemanden, wie sie sagen. Und ich frage mich, wem wollt ihr diesen Bären aufbinden? Naja, den Leuten in der ARD vielleicht. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, ob sie das in einfacher Sprache in die Tagesschau packen. Ansonsten schreib mir mal deine Meinung zu diesem Vorfall hier und zu diesem Umgehen damit, dass man dieses Sicherheitsrisiko bestehen lässt, anstatt das zu beseitigen. Dürfte ja jetzt nicht so schwer gewesen sein, das zu beseitigen. Hat man ja nach dem Spiel gemacht, hätte man ja in der Halbzeitpause einfach machen können. Aber schreib mir deine Meinung unter dieses Video, abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram, dann verpasst du keines meiner Videos und damit bis bald.